jo leute was geht ab hier ist wieder schnader und willkommen zur nächsten folge von lens varro ich join jetzt auf dem server und habe einen kampf gegen völken jll gerade eben ausgemacht und er ist auch schon drauf ich mach das ich hab da die ersatzrüstung noch die ganzen bist du nicht braucht also das habe ich als ding wenn ich jetzt sterben sollte gg auf jeden fall gibt mir noch schön ein paar pfeile trotzdem nicht ich habe keinen bock auf so einen scheiß baus bei mir das letzte mal so Oda, oda, oda Oda, oda Das war's für heute. Nein. Was ist denn los? Was ist denn los? Was? Schatz. 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 Ah, wirklich. Schrei, Foto, Clive, Tag, Resort, Radek, Lesture, Job, Oh, das ist ein Blödsinn. Oh, du bist. Du. Du kannst ihn auch machen, so. Du kannst ihn auch machen, so. Du kannst ihn auch machen. Und wenn ich das nämlich raus, machen wir dafür das Boot noch rein. So, wo ist der jetzt? Komm her! Steppt doch! Ha! GG auf jeden Fall! Ja, das war's auf jeden Fall. Mega geiles Projekt. Ich hätte einfach keinen Bock mehr zu farmen. Ja, zwei Kills gemacht. Schade, dass der alte Feind nicht mehr zustande gekommen ist. Hätte man doch mal mal den Bogen gemacht. Dann wäre es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber, weiß ich jetzt nicht. So, ich kann nicht mal schauen. Respekt auf jeden Fall an Feltenjot LL, dass er gegen mich kämpfen wollte. Und, gibt es noch sonst was zu sagen? Ja, mega geiles Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall schonmal. Und, das war's. Servus. Ich wünsche Ihren Augen. Wirims. Vielen Dank.